Was sind Kunststoffe? Kunststoffe sind Werkstoffe, die künstlich oder durch Abwandlung von Naturprodukten pflanzlicher oder tierischer Art entstehen und aus organischen Makromolekülen aufgebaut sind. Natürliche Ausgangsprodukte können beispielsweise Maisstärke oder Schlachtabfälle sein. Die typischen künstlichen Ausgangsstoffe basieren auf Erdöl. Dabei nimmt die Produktion aus Erdöl ca. 98% ein und die aus Naturprodukten hergestellten Kunststoffe knapp 2%. Organisch bedeutet auf Kohlenstoffverbindungen aufgebaut. Makromoleküle sind Moleküle, die aus mehreren gleichen oder unterschiedlichen Bausteinen, Atome oder Atomgruppen bestehen. Wir merken uns erstmal, Kunststoffe sind vernetzte Moleküle und bestehen unter anderem aus Kohlenwasserstoffverbindungen. Anstatt Wasserstoff kann auch Fluor oder Chlor ein Bestandteil sein. Wenn die Ketten nur aus Kohlenstoff und Wasserstoff bestehen, liegt dann Polyethän PE vor. PE kennen wir zum Beispiel als Plastiktüten. Werden jetzt einige Wasserstoffe durch Chlor ersetzt, dann handelt es sich um Polyvinylchlorid, PVC, das als Bodenbelag weiten Einsatz findet. Kunststoffe können nach verschiedenen Kriterien eingeteilt werden. Wir betrachten zunächst den Vernetzungsgrad und unterscheiden dabei Thermoplaste, Elastomere und Duroplaste. Der Vernetzungsgrad beschreibt die Verbindungen der einzelnen Molekülketten innerhalb eines Kunststoffes. Je nach Vernetzungsgrad verändern sich die mechanischen Eigenschaften. So sind unvernetzte Kunststoffe in einem bestimmten Temperaturbereich beliebig verformbar, wohingegen stark vernetzte Kunststoffe spröde und nicht verformbar sind. Thermoplaste lassen sich noch einmal in Amorphe und Teilkristallinen in Thermoplaste einteilen. Die Kohlenwasserstoffketten Amorphe und Thermoplaste sind ungeordnet und chemisch unvernetzt. Amorphe und Thermoplaste sind durchsichtig, wie zum Beispiel Plexiglas, PMMA, oder Polycarbonat, PC, das beispielsweise für transparente Kugelschreiberhüllen verwendet wird. In Teilkristallinen Thermoplasten sind die Ketten teilgeordnet, das heißt in bestimmten Bereichen der Struktur richten sich die Kohlenwasserstoffketten aneinander aus. Daher sind sie eher milchig durchscheinend. Generell sind die Kohlenwasserstoffketten in Thermoplasten untereinander ausschließlich über die schwachen Wasserstoffbrücken gebunden. Diese lassen sich bei Temperaturerhöhungen leicht aufbrechen, wodurch die Ketten dann leicht beweglich sind. Deshalb können Thermoplaste oberhalb einer bestimmten Temperatur, der sogenannten Übergangstemperatur, sehr gut plastisch verformt werden und erstarren dann in ihrer neuen Form. Sie sind schmelzbar, daher können sie gut recycelt werden, und sie sind in vielen Lösemitteln löslich oder zumindest quellbar. Quellbar bezeichnet die Aufnahmefähigkeit von Lösemitteln bei Zunahme des Volumens. Bei einer Brennprobe entwickelt sich Schwarzrauch. Elastomere besitzen chemisch schwach vernetzte Molekülketten. Chemisch schwach vernetzt bedeutet, dass nicht nur die Wasserstoffbrückenbindungen für den Zusammenhalt zwischen den einzelnen Kohlenwasserstoffketten sorgen, sondern zusätzlich einzelne Kohlenstoffatome verbunden sind und sogenannte Kohlenstoffknotenpunkte bilden. Aufgrund dieser Kohlenstoffknotenpunkte können Elastomere nur in geringem Maße oder gar nicht plastisch verformt werden, sind aber gummielastisch. Unter der Gummielastizität muss man sich etwas anderes als unter der Elastizität von zum Beispiel metallischen Festkörpern vorstellen. Bei den Metallen sind die Bindungskräfte zwischen den Atomen für die elastische Verformbarkeit verantwortlich. Bei den Elastomeren ist die Elastizität in dem Bestreben begründet, einen möglichst hohen Unordnungsgrad innerhalb der Kohlenwasserstoffketten zu erzeugen. Diesen Unordnungsgrad nennt man Entropie. Wird ein Elastomer, zum Beispiel ein Gummiband, verformt oder auseinandergezogen, richten sich die Kohlenwasserstoffketten aneinander aus. Sie ordnen sich also. Damit wird die innere Energie des Werkstoffs erhöht. Da jeder Werkstoff immer ein Minimum an innerer Energie anstrebt, sind die geordneten Ketten stark bestrebt, ihren ursprünglichen, ungeordneten, energetisch günstigsten Zustand zu erreichen. In einem Gummiband werden die Kohlenwasserstoffketten bei Dehnung geordnet und gehen nach Entlastung wieder in den ungeordneten Zustand über und das Gummiband in seinen Ausgangszustand zurück. Die elastische Verformbarkeit von Elastomeren liegt demnach in der Entropie und spannungsinduzierten Ordnungsprozessen und nicht in atomaren Bindungskräften begründet. Elastomere sind nicht schmelzbar, nicht recycelbar und den Lösemitteln nicht löslich, aber mit dem richtigen Lösemittel quellbar. Auch Elastomere können mittels Brennprobe erkannt werden. Im Gegensatz zu den Thermoplasten verbrennen sie rückstandslos. Duroplaste sind nicht verformbar, da ihre Ketten stark miteinander dauerhaft chemisch vernetzt sind. Chemisch stark vernetzt bedeutet, dass nicht nur die Wasserstoffbrückenbindungen den Zusammenhalt zwischen den einzelnen Kohlenwasserstoffketten bewirken, sondern zusätzlich viele Kohlenstoffatome als sogenannte Kohlenstoffknotenpunkte verbunden sind. Daher können Duroplaste unabhängig von der Temperatur nicht plastisch verformt werden. Sie sind ebenfalls nicht schmelzbar, in Lösemitteln nicht löslich und nicht quellbar. Sie können nicht recycelt werden. Im Vergleich zu Thermoplasten und Elastomeren haben duroplastische Kunststoffe die Eigenschaft, dass sie sich während des Verbrennungsvorgangs aufblähen und damit die Oberfläche vergrößern. Die Folge ist, dass Sauerstoff eintreten kann und somit die Verbrennung beschleunigt wird. Da das Wort Plaste in der Bezeichnung Duroplaste suggeriert, dass diese Polymere plastisch verformbar sind und da dieses ja nicht möglich ist, werden sie oft auch als Duro-Mere bezeichnet. Bei der Einteilung nach dem Vernetzungsgrad werden Amorphe und Tal-Kristalline Thermoplaste, Elastomere und Duro-Mere unterschieden. Die unvernetzten Thermoplaste, deren Kohlenwasserstoffketten untereinander nur über Wasserstoffbrücken verbunden sind, erlauben eine gute Beweglichkeit der Ketten bei erhöhter Temperatur. Daher sind Thermoplaste durch Schmelzen und der Kalten beliebig formbar. Die schwachvernetzten Enlastomere, deren Kohlenwasserstoffketten zusätzlich über einige wenige Kohlenstoffknotenpunkte verbunden sind, sind elastisch, aber nicht plastisch verformbar. Die stark vernetzten Duroplaste mit einer Vielzahl an Kohlenstoffknotenpunkten sind kaum elastisch und plastisch nicht verformbar. Im nächsten Video erklären wir die Einteilung nach den Entstehungsreaktionen.